Wir sind jetzt hier bei uns im Büro in Bern. Wir sind wie ein sehr schnelles Büro. Jetzt beim Projekt suivant 7 mache ich die Projektleitung vom Tiefbau. Und weil der Bauherr ausdrücklich hat gewünscht, dass ich auch die Bauleitung mache, kann ich jetzt die zwei Seiten zeigen. Auf der anderen Seite projekte wir im Büro. Wir machen die Ausschreibungen und Dimensionierungen. Wir lesen den Bauunternehmer aus und gehen in die Ausführung mit dem Baumeister. So, das war's für heute. Ein bisschen früher Feierabend machen. Morgen um 4 Uhr, Tagwache, und dann geht's auf eine Schiebe und um halb 6 Uhr beginnt zu betonieren. Wir sind hier im Betonieren vor grossen Etappen. Das Fundament wird in zwei Etappen betoniert. Mit einem sogenannten Kopfteil und einem grossen unteren Fuss, der 450 Kubikmeter Beton braucht. Wir haben jetzt am Morgen um halb 6 Uhr beginnt zu betonieren und werden rund um 2 Uhr fertig sein, bis wir das Beton drin haben. Dann braucht es noch ein Zeit, bis das Beton beginnt, anzuziehen, damit man ihn dann fertig machen kann, damit man ihn abdoschieren kann und auch die Nachbehandlungen starten von diesen Betonarbeiten. Das ist der grösste Windpark in der Schweiz mit einer Gesamtleistung von 29 Megawatt. Der wird jetzt ausgebaut im Rahmen des zweiten Repowering-Projekts. Die Juvent ist eine Partnergesellschaft von fünf Partnern. Die BKW ist Mehrheitsaktionär und betreibt diesen Windpark seit insgesamt 20 Jahren. Das ist eine Windkraftproduktion, die doch insgesamt beträchtlich ist. Wir reden hier von einer Produktion, die den Gesamtbedarf der Haushaltungen im Berner Jura abdeckt. Die Jura abdeckt den Die Jura abdeckt den